Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 2. März 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1171. Heute mit den folgenden Themen. Links, OneDrive, Instagram, Instagram und Casper Plus. Casper und besser gesagt, kleiner Dings an gestern. Genau, ich hatte keinen Sprung in der Platte. Heute kommt zweimal Instagram, aber wir starten mit Links. Das Schweizer Versicherungsunternehmen, das der Generali Group gehört. Kleines Startup, das vor einigen Jahren gestartet hat und über das ich mal im Travel-Style-Blog berichtet habe. Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes zum Anklicken auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. und die gehen mit dem Preis nach oben. Weshalb tun sie das? Die Balance fehlt, nämlich zwischen dem, was die Kunden einzahlen und dem, was die Kunden fordern, wenn sie Schaden haben. Der ist in gewissen Kategorien deutlich höher, zum Beispiel bei Bikes, bei Drohnen, bei Smartphones und bei Laptops und wird deshalb in dem Bereich erhöht. Bei Laptops und Smartphones sind es 20 Prozent, die es hoch geht. Das kann ich verkraften. Meines Smartphones versichere ich regelmässig, wenn ich nach draussen gehe, über den genannten Dienst. Würde ich ein Bike benutzen, würde es mich da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wurmen, denn da geht es um 100 Prozent hoch oder bis zu 100, je nach Kategorie, die man so nutzt. Auch die Flatrate-Prämie steigt um 33 Prozent. Am besten schaut ihr mal rein und vor allem passt schnell an, falls ihr noch aktive Geschichten da habt. Ansonsten ist es beim nächsten Mal halt einfach ein Abwägen. Ist mir das wert oder eben auch nicht. Wie auch immer ihr das dann schlussendlich handhabt. Microsoft OneDrive. Microsoft hat es endlich geschafft und eine Apple-Silicon-Prozessoren-kompatible Version von OneDrive rausgeschmissen. Somit läuft das jetzt nativ auf den Apple-Silicons und nicht mehr über die Rosetta-Geschichte unbedingt nutzen, wenn ihr einen Mac nutzt mit eben genannten Cloud-Dienst. Oder steigt um auf andere Geschichten. Gibt ja noch einiges Spannendes in dem Bereich da. Instagram stellt ein, und zwar die App IGTV. Mögt ihr euch noch erinnern, was das ist? Ach genau, das war dieses Hochkant-Video-Dings, was nie immer richtig hochkant gefüllt war. In der separaten App, was dennoch auch im normalen Instagram-App angezeigt wurde. Somit keine Ahnung, weshalb man dafür eine eigene App gemacht hat, aber man wollte halt einfach was gegen YouTube haben. Die App ist jetzt eingestellt. Spielt keine Rolle, weil nahtlos integriert in die Haupt-Instagram-App. Und genau in dieser kommt noch was Neues hinzu. Und wir bleiben beim Video. Nämlich die Feed-Videos, die bekommen automatisch generierte Untertitel. Zumindest könnt ihr solche aktivieren, wenn ihr sie dann haben möchtet. Ob sie auch zu bearbeiten sind oder man sie anpassen kann, das ist eine gute Frage. Muss man sich noch ein bisschen reinlesen, wer das dann haben möchte. Und zu guter Letzt, gestern habe ich euch ja von Kasper und erzählt. Mein Monitor ging aus und ich konnte nichts mehr ablesen. Deshalb der Versprecher beim Namen. Die haben gestartet ja anfangs der Woche. In den Shownotes findet ihr oder im Podcast eures Vertrauens auch einen Gutscheincode, wo ihr zum Start 20 Schweizer Franken mit dazu bekommt. Ein kleiner Wermutstropfen. Aktuell gibt es noch kein Google Pay und kein Apple Pay. Für all diejenigen, die darauf zielen. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil es da ja eher im Bereich Investment geht. Aber wiederum doch, weil der Aufrundungsfaktor da natürlich sehr interessant ist. Und da vor allem dann mit Apple Pay und Google Pay sehr spannend wäre für mich. Ich warte da noch ein bisschen mit der Möglichkeit. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Alles wie immer zum Nachlesen in den Shownotes am Podcast eures Vertrauens oder auf daily.geektop.ch. Wir hören uns bald wieder. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geektop.